Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's wieder, euer Showtime und wir sind zurück bei Uncharted. Wir sind in der letzten Folge unter anderem vor diesem Gefährt geflohen, sind jetzt alle mal wieder vereint, die Crews wieder zusammen, da unten ihr seht's und wir haben uns in der letzten Folge am Ende die Frage gestellt, sind wir jetzt wirklich auf dem Nachhauseweg oder schlagen wir doch noch mal den Weg Richtung Schatz ein? Mal schauen, mal schauen. Okay. Na gut, wir schauen mal. Schönes Hafenstädtchen, wir haben übrigens kein Sturmgewehr mehr, müssen wir mal schauen, ob wir nochmal überfallen werden. Da ist es. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Okay. Schönes Städtchen. Ja, ich bin von da runtergesprungen, aber ich komm nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Wer ist mit dem Wagen hier? Das ist doch viel versp... Na sag ich doch. Hilft mir bloß nicht. Kurz sagen, hilfst du mir jetzt, oder? Okay. Und los. Okay, damit kommen wir jetzt hoch, oder? Okay. Und, Elena, kommst du auch? Alles klar. Passiert da noch irgendwas, oder? Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier ganz entspannt, unbehelligt, gehen Feierabend reiten, oder? Ob Sully so ganz koscher ist? Ich weiß nicht. Da hoch, okay. Brauchen wir wieder was zum Schienenzieben? Ach, guck mal. Eine Sackkarre. So. Ähm. Da geht auch was. Herzhaft. Wollte ich schon sagen. So. Hoch mit dir. Und, alle da? Alle da. Irgendwie kommt mir das komisch vor, ich weiß nicht. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich probier's einfach mal. Ich hab, ich wollt's mal probieren. Entschuldigung. So. Dann gehen wir halt hier hoch. Gucken wir doch mal. Hallo? Hm. Frage ist, wie sie funktioniert. Kann man da irgendwo was hinwerfen? Nee. Ach, okay. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil hier ziehen. Und, wie, wo willst du sie hinziehen? Okay. Und nun? Müssten wir ja erstmal rüber, wa? Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Wie denn jetzt? Das hab ich ja eben schon probiert. Ich hab die Idee. Hilfst du mir mal? Ernsthaft? Womit soll ich dir jetzt helfen? Na toll, jetzt häng ich hier. So. Na gut. Okay, und mit was soll ich dir? Okay, dann gehen wir halt so wieder hoch. Meine Güte. So, Brüderchen. Ah. Okay. Sehr schön. Okay, und jetzt kann ich auch hier ziehen. Alles klar. Wie komm ich jetzt hoch? Okay. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Ja, ich probier's los. Komm. War das nicht? Wartet mal. So. Ich, genau. Wollte ich schon sagen. Oh Gott, ernsthaft? Nicht schlecht. Okay, los, hoch. Hey, gib mir die Hand. Scheiße. Na Gott. Sam. Nochmal. Sam, komm schon. Komm, spring einfach. Ich fang dich. Na los. Er kann nicht, oder? Nein, nein. Denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen hab. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt. Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam. Hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam. Sam. Komm. Blöder, stur. Er lässt es drauf ankommen. Ach. Er wird sich noch umbringen. Ach. Na komm. Hm. Sie, sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Okay, er konnte es nicht lassen. War doch irgendwie klar, oder? Aber Elena zögert auch keinen Moment. Sehr cool. Dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Okay, wir müssen bestimmt da hinten hoch. Deswegen haben wir hier den Wagen. Gibt es hier noch andere Sachen, die sich lohnen? Ich weiß nicht. Na gut, wir schieben mal. Hilft mir bloß nicht, ey. Gute Idee. Moment. Ich hab's. Okay. Okay, siehst du? Wer muss dich halten? Nade, los! Ich hab's. Los! Mist. Los! Gott, verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nade. Nein. Nicht ganz allein. Hör zu. Ich komm gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn's sein muss. Aber so oder so, ich hol ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie's geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch? Du bist dran. Und weh dir. Du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Möchte ich auch, Cowboy. Okay. Meines Bruders Hüter. Okay. Okay, es geht los. Wir sind also mal wieder auf der Suche nach Sam. Weil er es nicht lassen kann. Wollen wir mal schauen. Okay. Okay. Ab darüber. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen ruhiger. Aber ich bin irgendwie echt gespannt. Hier könnte hinter jeder Ecke könnte das losgehen. Da hoch. Okay. Und was ist mit dem Haus hier? Ist das irgendwas? Hm. Da unten waren wir gerade noch, oder? Nee. Ist das das Hafenstädtchen? Hm. Keine Ahnung. Eigentlich nicht. Das kam von der anderen Seite, oder? Sind wir hier durch? Ernsthaft? Gespannt. Na, los hoch. Hallo? Hallo? Wo hast du gesagt? Ich bin hier. Aber ich bleib dabei. Es sieht echt cool aus. Auch das wieder hier. Oh. Die nebelverhangenden Berge da hinten. Da oben der blaue Himmel. Und da unten der Dschungel. Mit dem kleinen Städtchen drin. Es sieht wirklich nice aus. So. So. Und weiter. Hm. Glaube. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Ach du großer Gott. Wie kommen wir hier hoch? Okay. Wir müssen da hoch. Aber wie? Alles klar. Müssen wir hier hoch? Oder wo müssen wir lang? Alter. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal da lang. So. Und. Zack. Okay. Noch eine Etage höher. Nice. Wir kommen aber, ich glaube, stetig höher, ne? Halt. Stopp. Da war was. Die Fußabdrücke. Okay. Okay. Ernsthaft. Oh Gott. Also mir wäre das ja nichts. Schaut euch das an. Nein, das brauche ich nicht. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Also nicht, dass ich nicht schwindelfrei wäre. Aber ich muss nicht nur an meinen Händen irgendwie über so einer Schlucht hängen. Und solche Sprünge. Das kommt, dass ich hänge. Gott ey. Das ist aber nochmal eine Kletterpartie hier. Und hoch. Und nach rechts. Sind wir oben? Ja, okay. Oh, was ist das? Oh, das ist Berns Enkel. 14. Taten täten. Was? Entschuldigung. Ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein. Mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus. Das Fieber wird sinken. Und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den großen Abenteurern des Geschichten stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein. Aber letztlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben. Und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Hm, Claire, vergib mir. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Nein, ich hätte das gerne. Ich habe es nicht umgedreht. Ah, Claire, okay. Na gut. Hat sich ausgeruht, ist gestorben. Naja. Schaut euch das an. Ist es nicht schön, ganz ehrlich? Da hinten waren wir aber vorhin. Vor zwei Folgen? Ich weiß nicht. Okay, weiter geht das. So. Und Geronimo. Okay. Fußspuren. Mehr Fußspuren. Sehr gut. Also ab in die dunkle Höhle. Tja, dann mal rein. Hm. Hey Sam! Bin gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht aufs Ende zu. Oh. Los, hoch. Okay. Na, mal schauen. Ob der hier irgendwo ist. Ob wir den nochmal einholen, oder ob der jetzt, ob wir ihn wirklich erst ganz am Ende kriegen. Fußspuren. So, da wären wir. Okay. Dann mal los. Okay, rutschen, springen. Okay, nice. Kein Thema. Ähm. Wird das halten? Oder werden wir da runterrutschen und dann da hinten? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das hier nicht halten wird. Oh, verdammt! Also ich werde nicht sagen, ich habe es gesagt, aber... So. Okay. Müssen wir da runter? Ich lasse mal los. Okay. Was für Wege, ey. Hallo? Also ganz ehrlich, das ist nochmal eine massive Kletterpartie hier. So. Da kommen wir hoch. Und da hinten könnte noch ein... Oh, oh. Schatz versteckt sein. Könnte, muss aber nicht. Was ist denn da gerade reingelaufen? Sehr schön. Eine Steinvase. Oh Gott. Schaut euch mal an, was wir hier noch... Was ich hier alles noch übersehen habe. Ach du großer Gott. Naja, was soll's. Was ist denn da gerade reingelaufen? Habt ihr das auch gesehen? So. Ähm. Und... Hops. Und hops. Äh. Ernsthaft? Okay. Ja, ernsthaft. Na gut. Okay. Komm schon. Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Na los. Äh. Er will nicht. Das macht er. Okay, jetzt. Und wir müssen weiter. Ach du Shit. Ernsthaft? Runterspringen und dann gleich wieder das Seil? Okay. Oh. Jetzt wollen sie aber echt alles nochmal hier raus. Uuuh. 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 Los, hops. Hops. Weiter, Vater. Was zur Hölle? Ah, jetzt abseilen. Jetzt wollen sie echt wirklich alles nochmal wissen, wa? Okay. Ui. Oh mein Gott, das ist Avery's Schiff. Okay. Okay, okay. Aber ich glaube, Leute, wir müssen hier nochmal einen kleinen Cut machen. Ich glaube, wir müssen nochmal. Wir überziehen hier schon wieder. Ich hänge mich mal nochmal da drüben ran. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann Avery's Schiff anschauen. Oder was sagt ihr dazu? Oh, okay. Okay. Springt er da rüber? Natürlich nicht. So, jetzt hängen wir aber hier ordentlich, oder? Ups. Und rüber. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier in der Wand. Und werden uns dann... Warte, da hoch gehen wir noch. Manchmal ist es blöd. Also da will er dann hier einfach nicht weiter. Okay, jetzt aber. Und hoch. Und rüber. Und zack. Okay. Da will er... Ja, okay. Liegt das in der Kameraperspektive? Und... Na? Okay. Jo, war doch irgendwo noch ein Vorsprung, oder? Genau. So, und hoch, und hoch. Okay. Dann geht's weiter. Wir werden aber runter zu dem Schiff müssen, oder? Gute Frage. Na gut, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wir sind für den Moment erstmal schon wieder durch. Ja, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020